Musik Das Thema der heutigen Lecture, das Thema der heutigen Vorlesung hat zu tun, führt uns eigentlich zurück in das Jahr 2011 zur Berufung auf das Selbstverteidigungsrecht der USA, das die USA ins Feld führten, um einen sogenannten War on Terror zu führen, in Gang zu setzen. Seit dem Jahr 2009 ist der Begriff War on Terror nicht mehr ein Begriff, der von der US-Administration gepflegt wird. Hillary Clinton erklärte damals, dass diese Bezeichnung nun überholt sei mit der neuen Administration, der sie ja auch angehöre und die Dinge auch in den internationalen Beziehungen ganz anders machen wollte. Leider ging die Anzahl der Drohnenangriffe ab dieser Zeit exponentiell in die Höhe bis zum heutigen Tag sind allein in Pakistan 380 Angriffe zu verzeichnen gewesen, 350 davon unter der Präsidentschaft von Barack Obama. Erst vor wenigen Wochen forderte der erste freigewählte Premier Pakistans die US-Regierung auf, die Drohnenangriffe in seinem Land zu beenden. Er war extra in Washington und hat ein Gespräch mit Obama geführt und die Antwort kam nur neun Tage später mit einem weiteren tödlichen Angriff auf Hakimullah Massoud, einen zweifelsohne gefährlichen und brutalen Taliban-Führer, der aber gerade eingewilligt hatte, nach über 15 Jahren Kriegführung gegen die pakistanische Regierung mit der pakistanischen Regierung über einen Frieden im Nordwesten zu verhandeln. Das war der erste Versuch seit 15 Jahren im Nordwesten Frieden zu schaffen und dieser Mann ist durch einen am 1. November 2013 exekutierten Drohnenangriff von den USA getötet worden. Wir haben uns heute Abend eine Frau eingeladen, die uns Auskunft geben kann, wie wenige sonst, zu diesem Thema. Medea Benjamin aus den USA ist Vollblutpolitikerin, aber nicht eine, die im Parlament sitzt, sondern eine, die ihr Wirkungsfeld schon immer in der Gesellschaft gesehen hat. Als Aktivistin der Friedensfrauengruppe Code Pink ist sie mittlerweile auch in den US-amerikanischen Mainstream-Medien ein geachteter Interviewpartner. Sie wurde 1952 in New York geboren und studierte an der Columbia State University Wirtschaftswissenschaften und Gesundheitswesen und arbeitete auch in diesem Feld im Gesundheitswesen für zehn Jahre bei der Weltgesundheitsorganisation und den Vereinten Nationen in Lateinamerika. Sie engagierte sich schon immer politisch links, zum Beispiel für fairen Handel und gründete schließlich aber 2002 mit anderen Frauen die Frauenfriedensgruppe Code Pink, Women for Peace. Seitdem ist Code Pink zu einer Berühmtheit geworden, für die vielen kreativen, auch spaßigen Aktionen, mit denen sie Aufmerksamkeit, mit denen die Gruppe Aufmerksamkeit für antimilitaristische Positionen erringt. Seit 2009 beschäftigt sie sich speziell mit der drohenden Kriegsführung und die Zahl der Politiker, die sich durch ihre mittlerweile charakteristische Stimme aus dem Hintergrund am Weitersprechen gehindert sehen, diese Zahl wächst ständig. Der letzte war Barack Obama, der anschließend meinte, In dieser Woche haben die Rosa-Luxemburg-Stiftung und die Drohnen-Kampagne Medea Benjamin gemeinsam eingeladen, nach Deutschland zu kommen und wir sind alle zusammen, also die Rosa-Luxemburg-Stiftung und die Drohnen-Kampagne, sehr erfreut, sie hier zu haben, auf Deutschland-Tour, auf Deutschland-Tournee sozusagen. Sie wird einige Lesungen aus ihrem Buch machen, das auf Deutsch im Oktober im Leica Verlag erschienen ist und jetzt, without much further ado, the floor is yours, Medea Benjamin. Welcome to Berlin. Lassen Sie mich am Anfang erklären, was ist überhaupt eine Drohne. Eine Drohne ist einfach etwas, was in der Luft fliegt, das eine Kamera hat und das per Fernsteuerung geflogen wird. Ich weiß nicht, ob einige von Ihnen schon mal eine dieser kleinen Drohnen gesehen haben, die kann man sogar in Geschäften kaufen. Ich habe eine Zuhause, die nehmen wir oft mit, wenn wir die Firmenchefs der großen Drohnenhersteller besuchen und wir lassen die mal über ihr Haus fliegen, damit sie wissen, wie das so ist. In der letzten Zeit ging es durch die Medien, dass der Chef von Amazon gesagt hat, dass es möglich sei, dass die Firma in ein paar Jahren die Pakete mit Drohnen ausliefert. Ich weiß nicht, ob das hier auch in der Presse war. Und es gab sogar ein kleines Video dazu, wo gezeigt wurde, wie das Paket in so eine Plastikbox gesteckt wird und dann von kleinen Drohnen tatsächlich mitgenommen werden kann in die Luft und dann direkt vor ihrer Türschwelle abgeladen wird. Ich denke, das war das erste Mal, dass die Amerikaner erkannt haben, dass es in der Zukunft wirklich so sein könnte, dass man Drohnen für viele verschiedene Dinge benutzt. Es gibt zum Beispiel schon Drohnen, die für humanitäre Zwecke eingesetzt werden, zum Beispiel bei der Überwachung von aussterben bedrohten Arten oder wenn man nach Waldbränden sucht oder nach Opfern von Katastrophen. Also das ist natürlich gut. Meiner Ansicht nach gibt es viele gute Zwecke, für die man Drohnen einsetzen könnte, aber ich werde mich heute auf die negativen Zwecke beschränken, über die ich sprechen möchte, nämlich die Nutzung von Drohnen zum Töten und zum Ausspionieren. In den USA ist es so, dass man schon seit Jahren an Drohnen geforscht hat. Das fing schon im Ersten Weltkrieg an, dann im Zweiten Weltkrieg und Drohnen wurden schon mehr oder weniger im Vietnamkrieg eingesetzt. Aber erst in den 80ern und 90ern, als Navigationssysteme entwickelt wurden und die ganze Satellidentechnologie, die man brauchte, erst dann gab es wirklich diese Möglichkeit, Drohnen zu nutzen. auf umfassendere Art. Die USA arbeitet da ganz eng zusammen mit dem israelischen Militär, denn die Technologie in Israel ist am weitesten entwickelt. Aber es dauerte noch bis zu den Angriffen von 9-11, als das Drohnen wirklich so wichtig wurden. Zu der Zeit von den Angriffen damals auf die Twin Towers gab es nur etwa 50 Drohnen im Arsenal des US-Militärs. Heute gibt es wesentlich mehr. Viele sind ganz klein, sie können von den Soldaten in den Rucksäcken mitgebracht werden. Und dann gibt es die ganz großen, die Reaper oder Predator Drones, die so groß sind ungefähr wie ein normales Flugzeug. Und dann gibt es die allergrößte Drohne, das ist der Global Hawk. Ich denke, dieser Begriff ist Ihnen hier auch geläufig. Sie kennen es vielleicht nicht direkt von Flugversuchen, aber Sie wissen, dass viel von Ihrem Steuergeld da reingeflossen ist, nämlich direkt in die Unternehmen, die diese Drohne herstellen. Die meisten Drohnen wurden dann in Afghanistan zum ersten Mal eingesetzt und im Irak in den offiziellen Kriegen der USA. Aber wie Thomas schon in seiner Einführung gesagt hat, ist es so, dass die Drohnen wirklich erst ganz beliebt wurden unter der Obama-Regierung. Es ist ziemlich ironisch eigentlich. Obama hat doch im Wahlkampf dafür geworben, dass er wieder die viele Fehler der Bush-Regierung wieder ausbügeln würde, zum Beispiel Guantanamo zu schließen, die Folter zu schließen, diese außerordentliche Auslieferung zu stoppen, wo Leute tatsächlich in Länder gebracht werden, wo sie gefoltert werden. All das hat er in seinem Wahlkampf versprochen. Aber dann, als er tatsächlich gewählt wurde, hat er erkannt, es wäre ziemlich schwierig, wenn jetzt Leute zum Beispiel in Pakistan verhaftet werden und dann nach Guantanamo gebracht werden. Das wäre doch eigentlich scheinheilig, so zu verfahren. Also hat er sich mit seinen Anwälten beraten und sie haben beschlossen, dass es einfacher wäre, die Leute einfach zu töten. Obama sagt, diese Politik seiner Regierung bestünde daraus, die Leute zuerst gefangen zu nehmen. Aber das stimmt nicht, denn die erste Option, die oft gewählt wird, ist der Tod durch Drohnen. Ein weiterer Grund besteht darin, dass das amerikanische Volk sich angefangen hat zu beschweren über die Kosten des Krieges, besonders in Zeiten der Finanzkrise. Sie haben sich auch beschwert über die Soldaten, die getötet wurden, den Tod dieser Soldaten in Afghanistan oder in Irak. Und diese Waffe, die Drohnen, schienen wie eine perfekte Lösung. Damit müsste man das Leben von US-Soldaten nicht mehr riskieren, nicht mehr aufs Spiel setzen. Drohnen schienen auch billiger, zum Beispiel, als zum Beispiel 100.000 Soldaten nach Afghanistan zu schicken, was ungefähr eine Million Dollar pro Soldat kostet. Das ist ein Programm, das von Geheimbehörden in den USA betrieben wird, zum Beispiel CIA und das sogenannte Joint Special Operations Command, die Sondereinsatztruppe des Militärs. Und somit konnte die Obama-Regierung hinter dem Rücken der Leute weiter Kriege führen in inoffizielle Kriege. Das ist eine ganz undemokratische Art, Krieg zu führen, denn er musste noch nicht mal den Kongress um Erlaubnis bitten. Er hat einfach seine Macht genutzt und diese Geheimdienste, um diese Kriege zu führen. Eine Frage ist doch, wer bestimmt denn, wer durch die Drohnen getötet wird. Diese Befehle kommen direkt vom Weißen Haus. Es gab da einen Artikel in der New York Times, wo stand, die Obama-Regierung ruft ihre ganzen Berater im Weißen Haus zusammen, jeden Dienstag, und das nennen die dann Terror-Dienstage, Terror-Tuesdays. Und da erstellen sie eine Liste, eine Liste der Leute, die sie töten wollen. Es gibt die Namen der Leute und Bilder. Und denken Sie mal daran, Präsident Obama hat selber Recht studiert. Und er denkt jetzt, er hat das Recht, gleichzeitig Staatsanwalt, Strafverfolger, Jury-Richter zu sein und noch die Strafvollzugsbehörde. Aber was noch schlimmer ist, ist, dass er diesen Geheimdiensten die Genehmigung erteilt hat, Menschen zu töten, einfach auf der Grundlage von verdächtigem Verhalten. Das nennt man Signature-Strikes. Die Regierung hat festgelegt, dass jeder Mann im wehrpflichtigen Alter in den Gebieten, wo die Drohnen eingesetzt werden, als Kämpfer gilt, als Rebell. Stellen Sie sich mal vor, welche Genehmigung Sie damit zum Beispiel einem CIA-Agenten erteilen. Er kann sagen, aus meiner Perspektive, 8000 Meilen weit weg, sieht es so aus, als ob diese Leute einen Kampfeinsatz planen oder einen Anschlag, und deswegen werde ich da jetzt mal eine Drohne hinschicken. Viele Leute in den USA hätten gerne Antworten auf bestimmte Fragen. Wie viele Leute wurden denn schon getötet? Wie viele Zivilisten? Wie viele Al-Qaida-Kämpfer? Ich wünschte, wir hätten Antworten auf diese Fragen, aber unsere Regierung weigert sich, darauf zu antworten. Es gibt einen Senator in den USA, Lindsay Graham, Sie ist sehr konservativ, und eines Tages im Interview rutschte es ihr heraus, dass schon 4700 Leute getötet worden wären durch Drohnen. Das war das erste Mal, dass so eine Zahl überhaupt in Umlauf geriet. 2011 gab es seitens der Obama-Regierung nur folgende Information, nämlich der CIA-Chef John Brennan sagte damals, es gebe null zivile Opfer, und später sagte er, naja, ein paar, eine Handvoll. Aber unabhängige Journalisten und Institute haben herausgefunden, dass vielleicht etwa 3.800 Leute bereits getötet wurden, alleine im Jemen, Somalia und in Pakistan, und darunter hunderte Zivilisten, auch 200 Kinder, die alleine in Pakistan zu Schaden kamen. Und von den tausenden Leuten, die getötet wurden, standen nur 2% wirklich auf dieser Kill-List. Dieser Liste, Sie erinnern sich mit den hochrangigen Al-Qaida-Mitgliedern, die getötet werden sollten. Wer sind also die anderen tausend? Nun, das waren entweder niedrigrangige Al-Qaida-Mitglieder oder Kämpfer oder einfach Unschuldige. Ich hatte die Möglichkeit, sowohl nach Pakistan und Afghanistan zu reisen, und in den Jemen, und habe das auch getan. Und in Afghanistan wurden uns zuerst vom Militär bestimmte Zahlen genannt. Sie haben auf Ihrer Website bestimmte Zahlen veröffentlicht. Aber wir haben dann erkannt, dass die Anzahl der Drohnenanschläge ganz stark hochgegangen ist in den letzten Jahren. In den Jahren, wo doch die USA sagt, dass sie eigentlich den Krieg langsam auslaufen lassen in diesen Ländern. Und als wir das erkannt haben, wurden diese Zahlen von der Website entfernt. Es gab etwa 380 Drohnenstreiks in Pakistan, die meisten davon unter der Regierung Obamas. Wir haben uns mit Familienmitgliedern getroffen, deren Angehörige getötet wurden in den Drohnenangriffen. Und eine Familie haben wir sogar in die USA mitgebracht. Das erste Mal, seit die USA in 2002 angefangen hat, Drohnen zu benutzen, wurde da ein Visum erteilt für die Angehörigen eines Drohnenopfers. Das ist eine ganz tragische Geschichte in diesem Fall. Das ist die Geschichte einer Großmutter, die auf den Feldern war und Okra geerntet hat, zusammen mit ihren Enkeln, als plötzlich aus dem Nichts eine Drohne kam und eine Rakete auf sie abwarf. Die Großmutter wurde in Stücke zerrissen. Man sagt, es gab nur noch Stücke Fleisch, die herumlagen. Und die Granatsplitter haben die Enkel ganz stark verwundet. Das ist eine so traurige Geschichte. Als sie in die USA kamen und diese Geschichte vor dem Kongress erzählt haben, oder vor einigen Mitgliedern des Konkretes, damals habe ich auf die Dolmetscherin geschaut und sie hat geweint, als sie diese Geschichte übersetzt hat. Und es gab Zuhörer und auch Kongressangehörige, Abgeordnete, die weinen mussten. Aber erst nach zehn Jahren werden jetzt diese Geschichten langsam in den USA erzählt. Als wir nach Pakistan gingen, haben wir viele Geschichten gehört dieser Art. Aber was wir auch gehört haben, ist, es sind nicht nur die Menschen, die getötet oder verwundet werden, sondern es geht auch um das ganze Volk, das terrorisiert wird von diesem permanenten Brummen der Drohnen in der Luft. Stellen Sie sich vor, Sie wissen, dass die Drohne irgendwann eine Rakete abwerfen könnte, aber Sie wissen nicht, wann, wo oder wer dieser Drohne zum Opfer fallen wird. Das wurde uns so erzählt und das ist auch ganz klar dokumentiert von Universitäten in Stanford und New York, von denen wurde ein Booklet veröffentlicht, Leben mit Drohnen. Und ich habe das auch in meinem Buch aufgenommen, weil ich dachte, diese Information ist so wichtig, dass die Leute verstehen, wie diese Drohnen ganze Völker terrorisieren, so dass die Eltern Angst haben, die Kinder in die Schule zu schicken, weil auch Schule schon angegriffen wurde. Die Leute trauen sich nicht mehr, auf den Markt zu gehen oder sich an Gemeinschaftsaktivitäten zu beteiligen oder zu großen Veranstaltungen zu gehen, wie zum Beispiel Hochzeiten oder Beerdigungen. Das macht das ganze Leben in der Gemeinschaft kaputt. Die Kinder werden traumatisiert, es gibt viel Depression, die Kinder machen ins Bett vor lauter Angst nachts. Eine der Frauen, die wir getroffen haben, hat uns erzählt, in ihrer Provinz leben 250.000 Menschen und die USA terrorisiert alle diese 250.000 Leute, um ein oder zwei Al-Qaida-Kämpfer zu finden. In ihrem Krieg gegen den Terror terrorisieren sie uns, so sagte diese Frau. Oder schauen Sie nach Pakistan. Hier sehen wir große Proteste gegen die Drohnen der USA. Die Menschen in Pakistan sagen, wir hassen die Taliban, wir hassen Al-Qaida und wir hassen die Drohnen aus den USA. Und wir sind irgendwo zwischen diesen drei Elementen gefangen. Die Proteste sind stark angewachsen. Thomas hat schon erzählt von den Streiks am 1. November, als einer der Taliban-Kämpfer getötet wurde, gerade bevor eigentlich Verhandlungen beginnen sollten. Als Ergebnis davon gab es Blockaden eines Militärstützpunktes in Pakistan. Man hat versucht, die USA zu zwingen, die Drohnenangriffe einzustellen. Aus Wikileaks wissen wir, dass die Regierung in Pakistan in der Vergangenheit mit der Regierung in den USA zusammengearbeitet hat und die Drohnenangriffe unterstützt hat, obwohl sie ihrem Volk gesagt haben, sie seien gegen die Drohnenangriffe. Das hat sich jetzt geändert. Die pakistanische Regierung arbeitet nicht mehr mit den USA zusammen. Es gab demokratische Wahlen, es sind jetzt andere Leute an der Macht und die haben ganz deutlich gesagt und das auch in ihrer Gesetzgebung ausgedrückt, sie wollen keine Drohnenangriffe mehr, denn diese sind kontraproduktiv. Dadurch werden die Extremisten noch mehr radikalisiert und die Extremisten können diese Drohnenangriffe auch benutzen, um Menschen zu rekrutieren. Aber die USA sieht das nicht ein. Die USA hat ein ähnliches Programm jetzt noch im Jemen angefangen. Das fing 2009 unter Obama an, denn sie haben gesagt, Al-Qaida hätte sich jetzt von Afghanistan nach Pakistan nach Jemen fortbewegt. Vor diesen Drohnenanschlägen gab es etwa 200 Extremisten im Land. Heute gibt es über 1.000. Und die Menschen im Jemen sagen uns, Al-Qaida benutzt diese Drohnenangriffe, um Hass zu schüren gegen die USA und um Menschen zu rekrutieren. Wir haben damals auch einen Mann getroffen. Auch ihn haben wir dann in die USA eingeladen. Erst vor kurzem. Er hat uns die Geschichte seines Bruders erzählt. Der war ein Prediger, der sich ganz stark gegen Al-Qaida ausgesprochen hat. Er sagte, Al-Qaida hätte keinen Respekt für Menschenleben. Al-Qaida würde den Islam nicht richtig auslegen. Und weil er sich so stark gegen Al-Qaida ausgesprochen hatte, hatte seine Familie Angst um sein Leben. Sie hatten Angst, dass Al-Qaida ihn töten würde. Er wurde dann eingeladen zu einem Treffen von zwei Al-Qaida-Mitgliedern. Und er hatte viel Angst, dass sie ihn umbringen würden. Er hat also seinen jungen Neffen mitgebracht, der ein Polizist war, damit dieser ihn beschützen sollte. Und diese vier trafen sich also. Und am Ende wurde dieser Priester nicht von Al-Qaida getötet, sondern von einer US-Drohne. Wir haben ebenfalls einen Mann getroffen. Sein Bruder war Taxifahrer. Und Sie wissen, als Taxifahrer nehmen Sie Leute mit im Auto. Und genau das hat er getan. Fremde Leute natürlich. Und sie fuhren auf der Straße und zehn Minuten später wurde das Auto von einer Rakete getroffen, die von einer Drohne der USA abgeschossen wurde. Der Bruder wurde dann getötet. Und dieser Mann, den wir getroffen haben, Mohammed Al-Gawi, war ein sehr stolzes Mitglied seines Stammes. Und er sagte zu uns, nach den Bräuchen seines Stammes sei es so, wenn jemand ein schreckliches Verbrechen begeht oder einen furchtbaren Fehler, dann müssen Sie etwas tun, um das wieder gut zu machen. Sie müssen erst mal zugeben, welche Tat Sie begangen haben. Da müssen Sie sich bei der Familie entschuldigen. Und Sie müssen die Familie entschädigen. für Ihren Verlust. Und er sagte weiter, die USA hätten gar nichts davon getan. Sie hätten noch nicht mal zugegeben, was sie seiner Familie angetan hätten. Er sagt, ist es vielleicht so, dass meine Stammeskultur weiterentwickelt ist in Bezug auf Gerechtigkeit als die Vereinigten Staaten von Amerika? und er hat Präsident Obama geschrieben und hat genau darum gebeten, darum, dass die Tat zugegeben wird, dass es eine Entschuldigung gibt und eine Entschädigung. Er hat aber keine Antwort bekommen. Stattdessen war es so, dass man ihm ein Visum verweigert hat, um in die USA einzureisen. Das ist also die Situation im Jemen, wo die Drohnen dazu beitragen, dass Al-Qaida neue Mitglieder rekrutieren können. Und dann gibt es Drohnen, die genutzt werden, in Somalia zum Beispiel, auch in Libyen, auf den Philippinen. Und wenn Sie ein Gefühl dafür bekommen wollen, wo die USA eigentlich hin wollen mit diesem Drohnenkrieg, dann schauen Sie sich einfach mal an, wo neue Stützpunkte eröffnet werden. Es gibt jetzt neue Stützpunkte im Nahen und Mittleren Osten, zum Beispiel in Katar, im Oman, in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Saudi-Arabien. Saudi-Arabien ist ein ganz besonderes Beispiel für mich und ich denke für alle Amerikaner. Vielleicht erinnern Sie sich, einer der Gründe, die Osama Bin Laden angab, warum er die USA hasste, war, dass die USA Stützpunkte im Heiligen Land, in Saudi-Arabien hat. Und eine der wenigen positiven Sachen, die George Bush getan hat, war diese Stützpunkte in Saudi-Arabien 2003 zu schließen. Aber dann kam die Obama-Regierung 2010 und hat diese Stützpunkte wieder eröffnet. Und fliegt jetzt Drohnen von diesem Stützpunkt aus. Für mich ist das eine Gefahr für unsere nationale Sicherheit. Das lädt die Leute gerade dazu ein, es Amerika zurückzuzahlen. Schauen wir zum Beispiel mal auf die Seychellen oder auf das kleine Land Djibouti, auch in Äthiopien oder in Westafrika, zum Beispiel im Niger. Dort geht also etwas vor und das zeigt, dass die USA Drohnen nicht nur zur Überwachung nutzt, sondern auch, um tödliche Angriffe auszuführen in Afrika. Das wiederum sollte ganz besonders den Deutschen zu denken geben, denn Deutschland ist direkt daran beteiligt. Das Hauptquartier der Afrikom ist in Stuttgart. Von dort werden Ziele in Afrika angeflogen. Und dann gibt es den Stützpunkt in Rammstein. Da gibt es ganz viel militärische Aktivität noch aus den Zeiten des Vietnamkrieges zum Beispiel. Tausende Amerikaner arbeiten dort, Militärangehörige und Zivilisten. Und das ist zu einem Zentrum des Drohnenkrieges geworden. Und es gab einige gute Nachforschungen seitens ihrer Medien, in der Süddeutschen Zeitung, die den Leuten aufgezeigt haben, dass es hier eine Satellitenstation gibt, eine Funkstation, die den Leuten hilft, die den Menschen in den USA hilft, potenzielle Drohnenopfer zu finden. Potenzielle Drohnenziele zu finden. Und da sollten sie sich ganz bewusst sein, dass Deutschland also beteiligt ist, ganz direkt an diesem US-Drohnenprogramm. Das, das muss man klar sagen, ein Mordprogramm ist. Eine andere Sache, die ganz wichtig ist, ist, dass es im Moment nur die USA, Großbritannien und Israel sind, die Drohnen benutzt haben. Aber wir haben hier geradezu ein Wettrüsten in Bezug auf Drohnen. Und nach letzten Informationen gibt es jetzt 87 Länder, die über Drohnen verfügen. Und ich spreche hier nicht über die ganz kleinen, sondern einige von denen sind die großen, wie die Predator-Drohnen. Die meisten werden zur Überwachung benutzt, aber es gibt etwa 10 bis 15 Länder, die gerade dabei sind, diese Drohnen mit Waffen auszustatten, darunter China und der Iran. Der größte Exporteur von Drohnen sind nicht die Vereinigten Staaten, sondern Israel. Israel hat die Drohnen ganz systematisch eingesetzt zu Überwachungszwecken, zum Beispiel im Gazas-Schreifen, aber auch dafür, Leute zu töten im Gazastreifen. Israel rühmt sich sogar damit, dass sie ständig ihre Drohnen für den Krieg testen und die Technologie immer weiter verbessern. Der zweitgrößte Exporteur sind dann die USA, aber in den USA gibt es immer noch einige Einschränkungen dafür, wohin die USA Drohnen exportieren darf. Aber es gibt eine ganz starke Lobby in den USA, die diese Einschränkungen aufheben möchte. Und dann gibt es ein Land, das einen großen Marktanteil haben möchte und das Drohnen sehr schnell produzieren kann, wie viele Dinge, und das ist China. China produziert billige Drohnen sehr schnell und verkauft sie auf der ganzen Welt. Das sollte wirklich eine große Sorge für uns alle darstellen, diese Tatsache, dass die USA mit dieser Tatsache vorangegangen ist, dass sie auf der ganzen Welt einfach jeden töten, den sie als Ziel auswählen. Das ist etwas, was andere Länder bald nachahmen könnten und auch zum Beispiel terroristische Gruppen. Der Iran hat zum Beispiel der Hezbollah Drohnen gegeben und diese Drohnen könnten bald in die Hände von terroristischen Organisationen zum Beispiel fallen. Die Drohnenlobby versucht, Waffen auch auf anderen Kontinenten zu verkaufen. Sie versuchen aber auch, in den USA mehr Drohnen zu verkaufen. Die Kriege in Afghanistan und im Irak kommen ja langsam zum Ende und darum sucht man sich neue Märkte. Und ein Markt ist der US-Binnenmarkt. Zum Beispiel sollen Drohnen an Polizeistationen verkauft werden. Es gibt 80.000 Polizeistationen und die Industrie würde sich natürlich freuen, ihnen allen Drohnen zu verkaufen. Der Luftraum wird von der US-Luftfahrtbehörde kontrolliert und reguliert und sie erkennen, dass die Drohnenentwicklung immer noch in den Kinderschuhen steckt natürlich. und dass die Technologie keineswegs sicher ist. Die stürzen dauernd ab beispielsweise. Eine Sache ist natürlich, dass sie abstürzen in den Bergen von Tora Bora oder im Ozean oder in gottverlassenen Orten irgendwo im Ausland. Aber die US-Luftfahrtbehörde möchte natürlich nicht, dass sie über Wohngebieten in den USA abstürzen. Das ist ja klar. Das heißt, sie waren sehr vorsichtig, den Luftraum zu öffnen in den USA. Die Drohnenlobby ist jedoch sehr stark und hat Gesetz auf den Weg gebracht in den USA, in denen es heißt, bis zum September 2015 wird der Luftraum vollständig für Drohnen geöffnet werden. Und wie ich das bereits gesagt habe, vielleicht werden dann Pakete ausgeliefert mit Drohnen, aber Sorge sollte uns bereiten oder bereitet uns viele Sorge, eben Drohnen in den Händen von Strafverfolgungsbehörden das FBI beispielsweise oder anderen Regierungsbehörden. Ich glaube, ich muss euch hier in Deutschland nicht überzeugen, dass wir bereits einen Überwachungsstaat in den USA haben. Das habt ihr ja auch erfahren, als Angela Merkel abgehört wurde. Das heißt, es findet viel zu viel Überwachungsstaat, ein Überüberwachungsstaat, der schon existiert. Und wenn wir es Strafverfolgungsbehörden oder dem FBI erlauben, Drohnen in den USA zu verwenden, wie beispielsweise den Global Hawk, der eine ganze Stadt beobachten kann, überwachen kann, dann werden wir eine Überwachungsgesellschaft sein, in der es rund um die Uhr Überwachung gibt. Und das wird natürlich das öffentliche Leben in den USA völlig umkrempeln. Und es gibt auch einen Rückschlag dagegen. gegen diese Verbreitung im Inland. Es gibt einige Polizeistationen, einige Strafverfolgungsbehörden, die jetzt schon Zulassungen haben, um diese Drohnen zu testen. Eine so eine Polizeistation befindet sich in Seattle. Ich weiß nicht, ob ihr Seattle kennt, das ist eigentlich eine sehr liberale Stadt. Die Menschen in dieser Stadt hatten keine Ahnung, dass die Polizei von Seattle zwei Drohnen erworben hat. Als sie das erfahren haben, waren sie entrüstet und haben sich getroffen mit dem Polizeichef unter anderem und mit dem Bürgermeister und sie haben sich dort so entrüstet, sodass der Bürgermeister sich entschuldigen musste und die Drohnen zurückgeben musste. Und das möchten wir natürlich, dass das überall in den USA passiert. Es gibt andere Beispiele, die nicht so gewaltlos sind. Eine kleine Stadt in Colorado beispielsweise, da gibt es eine Initiative, eine Wahlinitiative, die besagt, dass jeder, der schafft, eine Drohne abzuschießen, dafür eine Belohnung bekommt von der Stadt. Es gibt durchaus eine gesunde Opposition, die sich hier bildet. Die gründet sich eine Ideologie. Das ganze politische Spektrum wird hier abgedeckt und es werden Bündnisse geschmiedet, um die Verwendung, die Anwendung von Drohnen zu regulieren. Die zum Beispiel sagen, dass Strafverfolgungsbehörden Drohnen nicht verwenden dürfen, ohne eine Erlaubnis vom Gericht zu bekommen. Wir müssen die Opposition, den Widerstand gegen diese Überwachung mit dem Widerstand gegen die Tötung mit Drohnen verbinden. Und es wird sehr schwierig, es wird tatsächlich sehr gruselig, wenn erlaubt wird, dass Drohnen zur Überwachung benutzt werden können. Dann werden sie früher oder später mit Waffen bestückt werden. Und wir haben das gelernt, dass genau das passieren wird von einem Menschen in Jemen. Nämlich diesem Menschen, dessen Bruder getötet wurde durch eine Drohne. Er hat gesagt, wir fühlen uns wie Versuchskaninchen. Ihr testet eure Technologien an uns aus, genauso wie die Israelis ihre Technologien an den Palästinensern ausprobieren. Aber wir sollten nicht so leichtfertig uns zurücklehnen und beruhigt sein. Natürlich können wir das sein, wenn es nur um Menschen geht, die getötet werden, die tausende Meilen weg sind. Aber es wird auch zurückkommen in unser eigenes Land. Und ich denke, das war sehr wichtig, das zu hören und dieses Beispiel auch uns vor Augen zu führen. Wir sind dabei eine Bewegung aufzubauen, die Widerstand leistet gegen diese Drohnen. Proteste finden statt an den Militärstützpunkten, von wo aus die Drohnen gelenkt werden, ferngestört werden, am Hauptsitz der CIA, des Pentagons, am Weißen Haus. Wir gehen zu den Willen der Kongressabgeordneten, die nicht handeln wollen. Es gibt eine sehr gut organisierte Kampagne gegen die nächsten technologische Entwicklungen. Das wären nämlich die autonomen Drohnen, bei denen es gar niemanden mehr gibt, der sie lenkt, die nach einer vorprogrammierten Mission töten. Es gibt Kampagnen, um die Menschen in den USA aufzuklären, um sie zu informieren. Deshalb bin ich durch hunderte von Städte in den USA gereist, an Universitäten gegangen, um dort zu sprechen, an die Universitäten, wo die Forschung im Bereich Drohnen vorangetrieben wird. Vor ein paar Wochen gab es einen Drohnengipfel. Dort haben sich hunderte von Menschen getroffen. Aus der ganzen USA kamen sie zusammen. Es waren auch ein paar internationale Gäste, wie beispielsweise Elsa, die auch heute hier ist, aus Deutschland, und haben dort ein US-amerikanisches Netzwerk geschaffen. Wir wollen das ausweiten, um es global zu machen, um es weltumspendend zu machen. Deshalb bin ich auch in Deutschland. Wir haben ein Treffen mit Vertretern aus acht verschiedenen Ländern, um zu untersuchen, wie können wir unsere Bemühungen zusammenbringen, um einen größeren Widerstand letztlich aufzubauen. Wir waren ziemlich erfolgreich in der Vergangenheit in diesen Dingen. Einige wissen das vielleicht aus. In den letzten Jahrzehnten sah es so aus, als wir waren eine sehr militaristische Gesellschaft. Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 umso mehr haben die Angriffe auf Afghanistan, auf den Irak unterstützt. Jetzt ändert sich jedoch die Stimmung. Einige sagen, dass wir jetzt kriegsmüde geworden sind. Ich sage, dass wir klüger geworden sind. Denn ich denke, dass wir tatsächlich klüger geworden sind. Und dass wir jetzt sehen, dass nach einem Jahrzehnt der Kriege, dass diese Kriege zu unserer Finanzkrise beitragen, weil einfach Billionen von US-Dollar ausgegeben werden. Tausende US-Soldaten sind für nichts gestorben. Die Menschen in Afghanistan und Irak, denen geht es auch nicht besser, weil wir in ihren Ländern sind. Und dieser Widerstand gegen den Krieg, er wurde besonders deutlich, als Obama einen neuen Krieg anfangen wollte, nämlich in Syrien. Und das habe ich noch nie vorher gesehen. Eine solche spontane Entrüstung von Seiten der US-amerikanischen Menschen, der Menschen in Amerika, die gesagt haben, nein, es reicht, das werden wir nicht zulassen. Wieder über das gesamte politische Spektrum hinweg sind alle aufgestanden, haben sich gegen seine Kriegspläne gerichtet. Er hat versucht, den Kongress dazu zu überreden, den Krieg in Syrien zuzulassen. Es gibt Lobby-Gruppen in den USA, die es gerne sehen würden, dass eine militärische Option genutzt werden würde im Vorgehen gegen Iran. Das passiert jedoch nicht. Wir sehen jetzt, dass wir uns jetzt in Richtung Verhandlung bewegen. Und das hängt eben mit dem Widerstand der Menschen zusammen, die dafür gekämpft haben. Wir haben da die größten Lobby-Gruppen, die Lobby-Gruppen des Militärs, der Rüstungsindustrie und von Israel gegen uns. Und das zeigt, wie stark dieser Stimmungswechsel tatsächlich ist. In der Öffentlichkeit sehen wir das auch. Es gab eine Untersuchung, die zeigte, eine Befragung, die zeigte, dass US-Amerikanerinnen die Anwendung von Drohnen gegen Verdächtige im Ausland unterstützt haben und verdächtigt eben, also noch nicht verurteilt irgendeine Straftat. Und das war im Jahr 2012, im Februar 2012. Heute ergeben die Umfragen 60% für die Unterstützung von der Anwendung von Drohnen. Das heißt, die Unterstützung ist hier wesentlich zurückgegangen. Und wir werden es noch sehen, wir werden den Tag noch sehen, wenn die Mehrheit der Menschen in den USA eben dagegen sind. Und in diesem größeren Zusammenhang wollen wir natürlich, dass ganz Amerika hinein zum Krieg sagt, zum Krieg an sich sagt. Vielleicht noch etwas über unseren Besuch in Pakistan. Das war wirklich sehr bemerkenswert, als wir von Code Pink einen Aufruf gestartet haben, oder eben gesagt haben, wir wollen die Opfer in den Stammesgebieten in Pakistan besuchen, die Opfer von Drohnen eingreifen wurden. Uns wurde dann gesagt, unsere Botschaften haben uns gesagt, das würde sehr gefährlich sein, wir können dafür nicht ihre Sicherheit gewähren, ihr müsst selber bezahlen und so weiter. Ich dachte, da würde sich niemand melden, dort mitzukommen. Wir mussten jedoch die Liste schließen, als 34 zusammen gekommen waren, die alle mitkommen wollten. Wir sind nach Pakistan gereist und haben dort die Mitglieder der Delegation gefragt, gab es bei euch jemanden, der dagegen war, dass ihr fahrt? Geliebten Menschen, der dagegen war? Und alle haben ihre Hand gehoben. Uns wurde gesagt, dass wir natürlich nicht da sein sollten, weil es antiamerikanische Stimmung gibt in Pakistan. Wir wussten natürlich, weswegen das so war. Natürlich, weil die USA dort Raketen abwirft mit ihren Drohnen. Wir haben diese Stimmen jedoch nicht wir haben das zwar wahrgenommen, aber wir haben Pakistan besucht. Wir waren nicht nur in der Hauptstadt, sondern wir sind auch in die Stammes Gebiete gereist. Und mit uns reisten auch Sicherheitskräfte. Und sie haben uns gesagt, die Taliban, die haben gesehen, dass ihr da seid. haben das durchs Fernsehen und die Zeitungen mitbekommen. Und sie werden Folgendes machen, sie werden Sprengsätze an Esel und an Kamele binden, um euch damit zu töten. Wir haben uns angeschaut und gesagt, das klingt wirklich gruselig, wir haben uns Sorgen gemacht. Ich habe mich als verantwortlich gefühlt, weil ich habe die Delegation nach Pakistan gebracht. Ich habe ihnen gesagt, wir müssen diese Gefahr nicht eingehen. Wir haben bereits viele Opfer und deren Familien getroffen in Islamabad. Wir haben mit den Medien gesprochen. Wir müssen also diese Gefahr, dieses Risiko nicht eingehen. Die gesamte Delegation sagte jedoch, wir sind jetzt schon hierher gekommen, wir wollen jetzt auch in diese Gebiete gehen, wo unsere Drohnen die Menschen töten. Und wir haben, oder wir können vielleicht wählen, ob wir uns in diese Gefahr begeben wollen. Die Menschen, die dort leben, haben diese Möglichkeit nicht, diese Wahl zu treffen. Das heißt, wir sind mit Bussen dorthin gefahren, über Nacht, ich wir wurden auf die Bühne gebeten, um vor den Menschen zu sprechen. Es waren Stammes Gemeinden, fast alle männlich, wir waren fast alle Frauen von unserer Gruppe. Wir sind also auf die Bühne gegangen und haben ein Rufen gehört. Und ich dachte, was ist dieses Rufen? Was rufen sie da? Und ich dachte, vielleicht sagen sie, ach, geht nach Hause, Amerikaner. Alle haben die Weiseln und Kamele sehen. Und wir haben dann erfahren, dass sie uns willkommen geheißen haben und gerufen haben, wir wollen Frieden, wir wollen Frieden. Wir haben alle geweint. Wir hatten dann auch die Möglichkeit durch unsere Dolmetscherin, mein Dolmetscher war Imran Khan, die berühmteste Persönlichkeit in Pakistan. Wir sind gekommen, um zu sagen, dass ihre Leben genauso viel wert sind wie unsere Leben. Als wir die Liste von den 200 getöteten Kindern gesehen haben, dass diese genauso wertvoll sind wie unsere Kinder, dass diese Politik eine mörderische Politik ist, eine unmoralische Politik ist und dass wir alles daran setzen werden, wenn wir zurück nach Hause gehen, um dem am Ende zu setzen. Und dann haben wahnsinnige Unterstützung von den Menschen bei dieser Versammlung bekommen. Und das hat uns wirklich gezeigt, wie wichtig es ist, als BürgerInnen positive Beispiele voranzugehen und unserer Regierung zu zeigen, was wir von ihr verlangen. Es zeigt nicht nur den Menschen in den USA, sondern auch in Pakistan, in Jemen, in Afghanistan. Wir alle sind kriegsmüde. Wir alle wollen eine Veränderung. Wir wollen in einem anderen wollen, dass sich die Zeiten ändern. Wir wollen Friedensverhandlungen. Nach zehn Jahren kämpfen mit den Taliban muss es endlich Verhandlungen geben, auch wenn ich nicht unterstütze, wofür die Taliban kämpfen. Die Menschen vor Ort wissen selbst, dass Al-Qaida nicht ihre Zukunft sein kann. Wir müssen uns weltweit, in Europa, in den USA und vor allen Dingen in den Gebieten, wo diese Waffen verwendet werden, diese mörderischen Waffen, diese Killer-Drohnen. Wir müssen alle zusammenkommen. Wir müssen unsere Ressourcen nicht dafür verwenden, um mehr Roboter-Waffen und tödliche Waffen zu entwickeln, sondern um Armut zu bekämpfen, um den Klimawandel zu bekämpfen, um den Menschen überall in der Welt eine angemessene Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. All diese Sachen, die wir so nötig brauchen, die wir alle so nötig brauchen, und all das, was ich so schätze, und wir von Code Pink, die Arbeit der Linken, die Arbeit von euch, die ihr heute gekommen seid, und ich hoffe, dass, wenn ich eines Tages wieder nach Deutschland kommen kann und stolz sagen kann, dass wir nicht nur die Jahre von Bush hinter uns gelassen haben, sondern, dass wir sagen können, egal, wer jetzt im Weißen Haus ist, wie der Kongress zusammengesetzt ist, wir haben es geschafft, dass wir unsere Regierung dazu gebracht haben, eine neue Ära des Friedens einzuleiten. Dankeschön. Zurückgehend auf das Thema, das du mit dir angesprochen hast, am Anfang deiner Vorlesung, nämlich dieses Thema sozusagen der Hoffnung oder der Hoffnung auf eine Verbesserung der Situation in den USA in Bezug auf die öffentliche Meinung, in Bezug auf die Wahrnahme dessen, was Amerika, was die USA sein sollen und auch in Bezug darauf, welche Rolle das Militär und militärische Arten und Weisen Probleme zu lösen, sozusagen einnehmen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich noch nicht wirklich richtig verstanden habe, das hast du ja auch vorhin gesagt, als du in der Fraktion der Linken warst, sozusagen, woran du diese Hoffnung festmachst. Das Thema Syrien hatten wir jetzt schon diskutiert, das sozusagen ist eine, aus deiner Sicht im Syrien Konflikt sich das schon manifestiert hat. Welche anderen Punkte würdest du sozusagen würdest du sehen, in denen sich diese deine Hoffnung manifestiert? Ich habe ja schon von der Lobbyarbeit in den USA erzählt, es gibt da bestimmte Lobbygruppen, die versuchen, die USA dazu zu bringen, militärisch vorzugehen gegen die Atomanreicherung im Iran. Aber im Moment steht das gar nicht zur Debatte, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn es gibt Abgeordnete im Kongress, die versuchen, das wieder ins Gespräch zu bringen. Es gibt Menschen, die versuchen, die Verhandlungen zu sabotieren, sie wollen neue Gesetze durchbringen, die die Sanktionen für den Iran noch verstärken würden. Aber die Tatsache, dass wir es geschafft haben, sie aufzuhalten, ist für mich ganz wunderbar, denn diese Lobbys sind sehr stark. Das gibt mir große Hoffnung. Ich glaube, etwas, was ich noch nicht erzählt habe, ist, dass wir auch erfolgreich dabei waren, die Regierung zu zwingen, wenigstens die Anzahl der Drohnenangriffe zurückzufahren. Und das liegt nicht daran, dass jetzt alle Al-Qaida-Mitglieder schon getötet wären, sondern es gibt jetzt weniger Drohnenangriffe, weil es Widerstand aus der Öffentlichkeit dagegen gab. Das sind also einige Beispiele. Zudem ist es so, dass die amerikanische Öffentlichkeit es ziemlich klar gemacht hat, dass der Fokus im Moment auf der wirtschaftlichen Lage liegt. Es vergeht jetzt immer mehr Zeit nach den Angriffen von 9-11 und die Leute lassen sich immer weniger leicht davon überzeugen, dass man wirklich so viel Geld für den Krieg Terrorismus ausgeben sollte. Denn der Zustand unserer Straßen ist schlecht, der Zustand unserer Schulen ist schlecht und wir wissen noch nicht mal, wie wir dieses Obama-Care-Projekt umsetzen sollen. Also ich denke, die Prioritäten sind im Moment ganz klar, es gibt binnenpolitische Aspekte im Moment, auf die wir uns konzentrieren sollten. Und damit konzentriert sich die USA mehr auf sich selbst und das ist eigentlich ganz positiv in diesem Sinne. Ich frage das, denn ich denke, was in der Diskussion so langsam ganz klar wird, auch in Bezug auf Europa ist, dass es immer einen bestimmten Gedankengang gab, der besagte, die Öffentlichkeit, die öffentliche Meinung in der Außenpolitik spielt keine Rolle. Das ist also sozusagen die öffentliche Meinung, dass öffentliches Eintreten für eine Politik, für eine friedlichere Politik, sich nicht auszahlt. Ich glaube, das ist eine sehr, besonders im Realismus, sozusagen in der politischen Doktrin des Realismus, verankerte Überzeugung, Würdest du sagen, dass, würdest du so weit gehen, dass wir heute, auch im Hinblick zum Beispiel auf die Position, die Großbritannien eingenommen hat, in Bezug auf Syrien, wo es ja einen Parlamentsbeschluss gab, zum ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte ein westliches Land mit Parlamentsbeschluss nicht teilgenommen hat, an einer Aggression, dass wir heute so etwas sehen, natürlich alles in Nachfolge des Irakkrieges, wie einen Wiedereintritt der öffentlichen Meinung und der engagierten öffentlichen Meinung in die Außenpolitik. Absolut, dem stimme ich absolut zu. Das Thema Syrien in den USA und wie sich das alles entwickelt hat, sind hier ganz wichtige Indikatoren. denn die Abstimmung in Großbritannien hatte ganz große Auswirkungen auf die Politik der USA. Obama wäre einfach in den Krieg gezogen, ohne den Kongress dazu zu befragen. Das hat er doch in Libyen überhaupt nicht befragt. Und nur weil es diese Abstimmung gab in Großbritannien und Druck aus dem Kongress, dass er gesagt hat, ich muss zuerst den Kongress befragen. Und er dachte, dass der Kongress ihm grünes Licht geben würde, wie er das eigentlich immer tut. Und Thomas hat es schon gesagt, der Kongress verfolgt eigentlich immer eine ziemlich harte Linie, denn sie wollen keine Verantwortung übernehmen und sich nicht vorwerfen lassen, dass sie nicht hart genug vorgehen gegen Terrorismus oder Kommunismus oder etwas anderes. Also die Obama-Regierung hat sicherlich angenommen, dass sie die Zustimmung des Kongresses erhalten würden. Und der Widerstand des amerikanischen Volkes formierte sich dann nicht auf der Straße. Wir konnten eigentlich nicht mehr als ungefähr ein paar hundert Leute auf der Straße versammeln, sondern es gab Widerstand durch Telefonanrufe, durch E-Mails, durch Petitionen. Und der Widerstand geschah dadurch, dass die Leute sich an lokaler Politik beteiligt haben, dass sie zu lokalen politischen Treffen gegangen sind. Dann gab es Informationen darüber, dass die Kongressabgeordneten zurückgegangen sind in ihre Wahlkreise und die Leute in ihren Wahlkreisen sie unter Druck gesetzt haben und gesagt haben, sie stimmen besser nicht ab für den Krieg in Syrien, denn sie repräsentieren uns und wir sind dagegen. Und ich habe das selbst gesehen beim Kongress, das Telefon klingelte die ganze Zeit und man konnte von der Reaktion der Leute am Telefon sehen, dass das Telefonanrufe von Leuten aus dem ganz politischen Spektrum waren und 98% dieser Telefonanrufe erfolgten von Leuten, die gegen den Krieg waren. Das war das erste Mal, ich glaube, in meinem Leben, dass ich gesehen habe, dass der Kongress der Regierung eine Absage erteilt hat und wirklich mal auf das amerikanische Volk gehört hat und sie haben ganz recht, die Stimme des amerikanischen Volkes richtet sich mehr und mehr gegen den Krieg und wird auch immer lauter. Nein, ich meine, das ist ja einfach nur ein Beispiel dafür, für die Militarisierung unserer Gesellschaft und wie wir uns da widersetzen können. Also die Anekdote ist, ich bin vor kurzem in einem Flugzeug gestiegen, in einem inneramerikanischen Flug und es wurde gesagt, jeder, der hier ist, jeder Militärangehöriger, der hier ist, bitte stehen Sie doch mal auf und bitte applaudieren Sie diesen Leuten, wir möchten Ihnen erlauben als erstes in das Flugzeug zu steigen und das bedeutet, diese Leute, diese Militärangehörigen sollten vor Frauen mit Kindern, vor älteren Menschen in das Flugzeug steigen dürfen und jeder sollte klatschen für diese Militärangehörigen und ich dachte spontan an den Irak und wie zerstört dieses Land jetzt ist und an all das, was wir in Afghanistan getan haben und den ganzen Missbrauch, den das Militär dort begangen hat und ich denke daran, wie traurig das ist, dass bei uns das Militär so glorifiziert wird. Ich konnte also nicht länger stillsitzen und ich habe gesagt, gibt es hier irgendwelche Lehrer im Raum? Könnten Sie bitte aufstehen, wir würden Ihnen gerne applaudieren und bitte betreten, steigen Sie doch zuerst in das Flugzeug ein. Also ich denke, das war vielleicht eine gute Anekdote, um diesen Abend langsam zu beenden und zu sagen, das ist doch wirklich die Frage, wie schaffen wir es unsere Gesellschaften von so einer starken Fokussierung auf Militär wegzubewegen, wie können wir es schaffen, dass weniger Geld in Militärzwecke gestellt wird. Ich denke, Sie wissen das als Europäer besser als wir, wie man von so einer Militärkultur wegkommt. Wir haben unser Herstellendes Gewerbe noch beibehalten, wir stellen aber nicht viel her, wir produzieren nur viele Waffen und das führt natürlich auch zur Schaffung von vielen Arbeitsplätzen und die Kongressabgeordneten stimmen dafür ab, dass mehr Waffen benutzt werden, weil dann auch mehr Waffen hergestellt werden und das bedeutet mehr Arbeitsplätze und das bedeutet wiederum, dass die Abgeordneten wiedergewählt werden, weil die Wähler zufrieden sind. Das ist also ein ganz korruptes System eigentlich und das muss man ganz gründlich überarbeiten. Wer produziert überhaupt, was wollen wir produzieren, wer soll davon profitieren, über all das müssen wir nachdenken. Und ich möchte Ihnen am Ende noch ein bisschen Hoffnung mitgeben, denn oft gibt es zu viel Pessimismus unter den Intellektuellen. Was wir brauchen, ist ein Optimismus der Herzen. Wenn wir gegen den großen Militär-Industrie-Komplex kämpfen wollen, jeden Tag wieder, dann müssen wir das tun mit Hoffnung im Herzen. Und meine Hoffnung begründet sich darin, dass ich sehe, dass die junge Generation in den USA zwar sich nicht so an Demonstrationen beteiligt, an der traditionellen Art zu demonstrieren, aber sie verweigern sich dem System. Sie wollen zum Beispiel Ökolandbau, sie wollen zurückziehen aufs Land, sie wollen einen anderen Lebensstil. Wir haben eine große Hacker-Gemeinschaft auch, die einige der schlimmsten Akteure des Überwachungsstaates lahmlegen wollen. Also es gibt hier ganz viele Hoffnungen bei der neuen Generation. Denn die sind nicht so sehr beeinflusst von diesem Denken, von diesem ständigen Hochheben des Militärs. Es gibt auch immer weniger Leute, die tatsächlich sich beim Militär einschreiben. Es ist jetzt weniger als ein Prozent der Bevölkerung, das überhaupt irgendwelche Beziehungen zum Militär hat. Und ich denke, am Ende wird sich das als etwas ganz Positives herausstellen in den USA. Also vielen Dank für Ihre Unterstützung, für die Arbeit, die sie hier leisten, um die Kultur des Militarismus in Europa über die Jahrzehnte abzubauen. Und ich freue mich, von Ihnen noch mehr Input zu bekommen, wie man das auch in den USA schaffen kann. Vielen Dank. Vielen Dank.